Salut, bienvenue bei fit für Franze. Heute lernst du die Wochentage auf Französisch kennen. Allons-y, los geht's! Bitte sprich mir nach. Lundi Lundi Mardi Mardi Mercredi Mercredi Jeudi Jeudi Vendredi Vendredi Samedi Samedi Dimanche 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 Les jours de la semaine sont lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Les jours de la semaine sont les jours de la semaine sont lundi, mardi, mercredi. Lundi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi, Samedi et Dimanche Jeudi, Vendredi, Samedi et Dimanche Et toute la phrase Les jours de la semaine 100 Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi et Dimanche Dimanche, c'est l'anniversaire de la copine de Paul Am Sonntag ist der Geburtstag von Pauls Freundin Gemeint ist nächsten Sonntag, einmalig Dann steht der Wochentag ohne Artikel Also nur Dimanche Le Samedi, Paul va toujours au marché Samstags geht Paul immer zum Markt Gemeint ist jeden Samstag, also regelmäßig Dann steht der Wochentag mit Artikel Le Samedi Et quel est le jour préféré de Minou ? Bien sûr, c'est Dimanche Car Minou peut dormir toute la journée Schaut ihr jetzt auch die hier verlinkten Fit für Franze Videos an Und wenn dir dieses Video gefallen hat Freue ich mich über dein Like und dein Abo Für deine bessere Note in Französisch Merci et à bientôt bei Fit für Franze 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 Fit für Franze